Es ist wichtig, dass er Recht hatte. Endlich daheim! Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Ah ja. Hier liege ich gut. Schlaf. Schon längst dabei. Was war das? Dein Bogen! Wer bist du? Ich schlafe bis zum Frühling. 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 Atreus, bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei. Und Thor kam zu uns. Hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders. So real. Als wäre es die Zukunft. Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Ich schlafe bis zum Frühling. Dann bekam wir uns. Dann bekam wir uns.